Die jetzt glasüberbauten Displays in Verbindung mit dem Active Info Display geben dem Fahrzeug einen frischen und neuen modernen Look im Interior. Die große Dimensionierung der 9,2 Zoll Bildschirm markant und nicht nur die Größe überzeugt, sondern auch die Auflösung schafft natürlich nochmal eine ganz andere Brillanz und eine ganz andere Optik als in der Vergangenheit. In Kombination mit unserem digitalen Cockpit schafft es Möglichkeiten, die wir bisher in der Kompaktklasse so nicht zeigen konnten. Wir sind in der Lage, dem Fahrer verschiedene Oberflächen zu bieten und der Fahrer kann sich individuell seinen Homescreen zusammenstellen. Das Gleiche lässt sich natürlich auch im digitalen Cockpit nachvollziehen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Funktionen und verschiedene Anzeigen zu wählen und auch der Fahrsituation angepasst natürlich nutzen zu können. Wie gewohnt kann man auch im neuen Golf seine Smartphones mit dem Fahrzeug koppeln. Auch haben wir weitere Komfortfunktionen eingearbeitet, wie zum Beispiel das induktive Laden. Man kann sein Handy einfach in das Fach einlegen und das Handy wird entsprechend geladen. Sicherlich etwas, was für den allgemeinen Gebrauch einfacher ist als in der Vergangenheit, da es ohne Kabel funktioniert. Eine sehr schöne und sowohl den Komfort als aber auch der sicherheitdienliche Innovation ist unsere Gestensteuerung. Mit der Gestensteuerung sind wir in der Lage, dass wir die Programme zum Beispiel des Radios verändern, ohne dass wir den Blick von der Fahrbahn lassen, ohne dass wir auf das Mittendisplay schauen. Das erhöht die Sicherheit und erhöht natürlich auch den Komfort, den wir dem Fahrer anbieten.